Ja, sieht nicht wobbly aus. No Internet Connection. Wißt du das? Ey, das ist eine Ammo-Sniper. Das ist eine normale, oder? Nee, sie lädt! No Internet Connection, die Waffe lädt den Schuss nach. Oh, TNT! Oh Gott, hast du eine Granate geworfen? Ja, ja, versehentlich. Oh, Moment. Oh no, oh no, oh no! Wir hatten mal Marines! Oder hier liegt ein Bogen. Yo, what the hell? Ein Minecraft-Bogen. Okay. Ich nehme den Flammenwerfer mal mit, damit wir ihn dabei haben. Hier ist eine Minecraft-Axt! Was? Nimm die mit. Okay, warte, warte. Stealth. Lass mich mal ein, zwei Sniper-Schüsse rauskriegen. What the fuck? Nein! Ich bin von der Kante gelaufen. Da war Schluss mit der Klippe. Okay. Es macht Pew, Pew, Pew. Nevermind. Zora's used that Equipment. Okay, Pew, Pew-Waffe. Ich seh' das. Das ist dumm. Sie kommen! Great out! Ich hab' keine mehr! Schön! Schön! Nicht schön, das ist in der unten Richtung! Ich bin ein bisschen enttäuscht von, dass wir nur so wenig Warthogs gespawnt haben bisher. Ja, oder? Warthogs, go! Können wir nicht schon hoch? Beam me up, Scott! Leute, what the fuck? Haaaah. Ich charge mal mein Attack. Oh, nice, danke. Jetzt hab ich auf Highground geboostet. Äh, lo, what the... Äh? Äh? Oh, shit! Oh! Ich hab' Flat gespawnt und die hatte ne Shotgun und... Der Cube, äh, weicht dem Cube aus, das ist ne riesige Explosion. Achtung, hier läuft noch ein bisschen Flatt rum. Achtung, Grenade! Nein! Mein Ding! Oh! Ich hab... Oh, die Garry's Mod. Push. Wenn ich das richtig... Wenn ich das richtig gesehen hab, kann die auch mit verschiedenen Effekten spawnen. Äh, ja, 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 genau. Ähm... Ich weiß nicht, ob das random ist an Pickup, oder ob das pro Level dann nenn. Äh, nee, ich glaub das ist hier erstmal, wenn sie spawnt. Spring mal. Warte, 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 warte. Jo! Oh! Das Schiff ist nur ne Textur. Hahaha! Ich bin drin! Du bist drin! Ich bin... Warte, ich komm r... Oh, dead! Boom! Hahaha! Hier, drop mir mal die Waffe, drop mir mal die Waffe. Warte. Jo! Oh, amazing! Mehr Level ist das gar nicht. Ah, ich dachte ich kann den Shotgun retten. Hahaha! Dann kommst du runtergeflasht. Oh, god. Die hier mit den Minecraft-Schwerten. Hahaha! Oh, god. Oh, god. Alter, das sind RGB-Gruntz. What? Ja, what the fuck. Mach mal, mach mal. Oh, er spinnt die so, das dauert ja ewig. Du wirfst die an... Du wirfst die... Du wirfst die hoch und dann spinnt das ewig. Warte mal. Halt, die haben auch RGB-Waffen! Ja! Lol. Sponsored by MSI oder Corsair oder was hier? Oh, die Rocket Launcher ist... Leer. Jetzt ist er leer. Warte mal. Oh, ist leer. Ich hab's übertrieben. Wuhu! Wuhu! Suck it! Ja! 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 Ja, jetzt! Jetzt! Nice! Okay. Ich hör' komische Geräusche, aber ich seh' keinen Effekt. Wuhu! Oh shit! Oh shit! Es ist bis zu mir hinten geflogen. Alles gut. Äh, schon. Plunderbuss. Oder Blunderbuss. Blunderbuss. Blunderbuss, ja. Das ist ne... Guter alter Piragen-Shotgun. Eine Piragen-Shotgun. Ja! Die Shotgun-Melee-Combo muss natürlich jetzt ne Melee-Shotgun-Kombo werden, aber das funktioniert. Ne, das funktioniert nicht so ganz. Sorry. Ich geh' da ran. Oh Gott, die hat ne Grenade auf uns geworfen. Save yourself! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ah, natürlich. Natürlich! Okay, pew, 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 pew. Ich hör' ne Grenade hoch. Mach ma. Oh, die ist runtergefallen! Feuer! What the fuck is this? Wo kam das Feuer her? Ich hab' meine Granate vorbeifacht. Oh mein Gott, es fahr' direkt auf mir. What the fuck? Äh, Hand auf. Ja, ja, genau. Ja, du hast das Feuer auf mich geworfen. Ich muss aufladen. Ach, ach, du bist tot. Du hast das Feuer auf mich geworfen. Ich bin instant ungefähr. Ich bin instant ungefähr. Du bist immer noch hinter mir? Ja. Ich hab' jetzt nicht mehr. Okay, haben wir schon. Da gibt ein Shotgun. Ich hab' noch eine. Ich hab' noch eine. Habe ich auch, ich hab' noch eine. Aber ich hab' auch Nates, ne? Jo! Nicht the Cube! Nicht the Cube! Oh Gott! Oh, du kannst dich mit der Shotgun auf die obere Etage schießen. Äh, schießen. Vielleicht. Äh, ja. Sollte ich machen. Oh, wahrscheinlich hab' ich ein Fall Damage. Ah, nee, nee. Ich hab' noch Overshield. Warte. Actually, actually smart. Oh yeah. Hey, da bin ich. Vor allem hab' ich hier Gary's Modwaffe. Thruster! Was? Achtung! Oh, look! Der fliegt durch die Gegend! Wo ist er? Die. Die Leicht ist da oben irgendwo. Warte, 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 David. Gleich mal stehen. Oh, 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 oh. Die Map ist hier vorbei, die Map ist hier vorbei. Oh, ich kann's ein bisschen steuern. Ich hab's über... No, ich bin von der Ecke gedroppt. Ich hatte drei HP Balken noch. Und hab' mich runtergefallen. Hallo. Hallo. Schintelst du mal bitte nicht... Ups. Jawoll. Das ist gut. Das ist richtig gut. Warte, warte, auf meine Füße. Ich geh' hinterher, David. Ich fang dich, ich fang dich. Ist okay. Oh, das ist nicht gerade geworfen. Ja, aus Versehen, ja klar. Oh ja, oh ja, sexy, danke dir. Bei seiner Waffe steht, Tool Gun. Ich komme nicht drüber hinweg. Das ist für so ein Raketending. Ich bin tot, Kies ist tot. Oh Gott. Oh no, oh no. Oh no. Ich schwöre dir, Kies stopp gleich. Nein, nein, guck mal, sie tanzen um ihn rum. Ja, und gleich explodieren sie. No, das mache ich nicht mit. Nein, er lebt. Er lebt. Er lebt. He's alive. Nice. I'm alive. Geh, erste life. Hat... Äh... Game break. Oh okay, alles gut, alles gut. What happened? Kies ist tot. Ja ja, aber... Davor... Ich... Es war ein lag. I dunno. ja ich glaube ich glaube die geliebt gar nicht hier ja ich glaube dies täglich wo ja und in den Worten mit gar nicht betroffen ich auch hat HAHAHA Nooo! Ähm... Ähm... Delete Gun! Ja, er hat sie deleted! Nimm mal dieses Plasma-Gewehr auf. Und jetzt Melee. Das sind vier Arme! Mann! Was zur Hölle? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR